In KWP hat er sich aufs Dach bauen lassen mit natürlich einem tollen WIG-Speicher, WIG-Sonnenspeicher und ja, erstmal Herr Wacker, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und was mich erstmal interessieren würde, was hat Sie überhaupt bewogen, PV-Anlage zu bauen oder haben zu wollen, was war so Ihre Motivation? Die Idee kam, dass wir eigentlich schon eine Wärmepumpe hatten und immer mehr dieses Umweltthema aufkam, wie kann man Energie noch anders gewinnen und dann viele sagen, Mensch, ihr habt ja eine Wärmepumpe, da bietet sich das geradezu an mit der Photovoltaik und über den Kollegen sind wir dann auf Sie aufgehoben. Also wir werden empfohlen und kann man auch schnell ins Gespräch, das war ja damals in Anfängen noch, ich glaube kurz bevor der Hype losging, so richtig.